Adieu! Ähm, oh, ich glaub den Punkt hab ich gar nicht. So, doch, klar. Äh, was wir jetzt tun müssen, weiß ich nicht. Ich dockel mal einfach LTF hinterher. Oh, da ist wieder ein Diablo. Guck mal, du Sack. Es gab doch noch irgendeine Taste, um alles aufzuheben. Welche? Hm. Ich hab keinen Plan. Ja, was ist das denn hier, Mann? Mein Gott. Im Kreis, oh. Ähm, ähm, ähm. Apfelstrudel. Wo? Oh, ich kann nicht mehr laufen. Stirb. Ich will ne neue Waffe. Ich will ne Zweidachst. Was ist denn das hier? Oh mein Gott. Explosivpulver. Die Wien. Ah, guter Beschützer. Was ist das? Ach, genau das Schild, was ich grade gekauft hab. Ne, das ist besser. Gut. Nehmen wir halt das. Gold, Truhe, Pfeile. Kann ich aber alles nicht benutzen. Gehen wir mal weiter gucken, was es hier so schönes gibt. Wer ist das denn? Vorsicht. Das... Nerven nicht. Ich will ne P. Ehhhhh. Maaah, wo geht's da lang? Ich habe erstmal ne neue Platte. Mal ein bisschen rumschauen. Oh, Skelette. Spezialangriff geht das viel besser, aber ich bin ja schnell um. Und Mana-Trank hab ich auch nicht. Man kann doch irgendwie das anzeigen lassen. Mit Alt oder so. Leerzeile, nö. Mit S kann ich aber meine Fähigkeiten tauschen. Und mit W kann ich meine Waffen tauschen. Q-Quest-Log. R kann ich langsam gehen. H. Ah, ok. J. Wann haben wir denn hier schönes M? War der Chat? Machen wir das mal gleich gucken. Erstmal die Leute hier platt machen. Okay. Y, X, C, V, B. L, Shift, Enter, ist klar. Kommt schon! Folgt mir! Hä? Der vertippt, äh. Da so sie... Oh, geil. Schamane können die retzten, das weiß ich. Machen wir erstmal alle anderen platt. Äh, den Schami zuerst platt. Stirb, du Noob! Wurf ist da. Wow, kann ich verkaufen. Hm. Schwein der Ausdauer. Hm. So, irgendwie check ich das Spiel noch nicht ganz, aber das wär nicht schlimm. Dafür spiel ich's ja. Anscheinend muss man nur links-klick drücken und dann ist es schon vorbei, irgendwie. Joa. Läuft doch. Was haben wir denn... Was hab ich denn für Laxiere vorhin eingesammelt? Benötigt Level 12? What? Mein Gott. Wohin geht's überhaupt? Das check ich grad auch nicht so richtig. Mörner. Jöi. Ähm. Friedhof. Okay. No. Jetzt geht's aber ab hier. Stirb, ihr Gemeinlinge. Mein erster Trank benutzt. Oder meinen ersten? Doch, meinen ersten. Danke. Der Schamane kann die wiederbeleben. Der muss down. Na, was mach ich denn? Mit V-Kunden? Da hat er den Charme, hier hat er den Typ wieder erweckt hier. Was soll das? Geh drauf und du auch. Du Lappen. Alter. Voll kompliziert. Nein! Oh mein Gott. Bam. Wiederbeleber. Oh, da ist ein Charme. Das ist ein Charme. Stööööp. Oh, Robin. So, meiner. Gleich Level Up. Noch ein Mob circa. Zack, Level Up. Das skillen wir mal eben. Hier, Stärke voll. Und, äh, den Stun hauen wir auch nochmal rein. So, geil. Das ging aber auch sehr schnell kaputt. Oh, ein Beleber hier. Geht aber nicht. Er muss nochmal in die Stadt zurück. Oder haben wir alles? Hm, keine Ahnung. Oh, Komplit. Zufällig, ja. Suchen sie Blutrabe. Ne, haben wir noch nicht gefunden. Dann muss ich erstmal gucken. Ist hier Blutrabe? Nö, hier ist nur eine Höhle. Oder hat der nur Just for Fun? Hm. Nö, okay, perfekt. Ich würde jetzt echt mal interessieren, wie lange die, der Stun hier hält, ey. Irgendeine Taste konnte man das doch aufheben. Das weiß ich doch. Naura, ich schau mal nach. Skills. Wie kann ich meine Skills angucken? Kein Plan. Oh, Truhe. Ich brauche einen Schlüssel. Dammit. Oh, du Scheiße. Geht kaputt. Danke. Das ist nur ein Bolzen. Äh. Hm. Hm? Hm. 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 Ich würde gerne wissen, wie lange der Stun anhält. Meierer Shower. 1,4 Sekunden. Mann, wie konnte man das denn aufheben? Das ging doch irgendwie. Äh. Mit Leerzeile nicht. E. Ich glaube mit E. Ich habe keine Ahnung, wieso E. Was ist das hier? Los geht's. King Asser. Was ist das hier? Oh. Habe ich wohl ein bisschen gestealt. Hm. Tut mir leid. Merkwürdigkeit. Stab. Oh, ich kann aber hier ordentlich verkaufen. Müsste ich bald mal eventuell machen. Wir suchen jetzt Blutrabe. Hier nicht. Gut. Wegen der F-Taste vielleicht? Wegen der Tasten-Kombi wie Alt-F hier oder so? Ne, so trinke ich nur einen Trank. Merkwürdig. Ja, ich mach mal ein Portal. Obwohl, dann kommen wir nicht mehr zurück, ne? Doch. Verschlossene Truhe. Ich muss trotzdem mal verkaufen. Äh, Portal. Zack. Akara, Akara. Der Orden heißt euch willkommen. Weg. Da. Mit. Wer. Rauch. Son. Scheiß. So. Perfekt. Schließen. Und weiter. Ähm... B-b-b-b-b-b-b. Seid gegrüßt. Hoi. Guten Tag. Ja, doch. Blutrabe. Wollen wir erstmal hier mit der reden. Vielleicht hat die ja eigene Waffe. Kann ich jetzt die Axt benutzen? Oh, ist das herrlich. 1.999. Hä? Ach, hier nehmen sie einfach mal. Ja. Die ist einhändig. So. Ach, jetzt soll's. Das Schild ist immer gut. Oh, reparieren. Sauber. Und zurück ins Portal. Das ist gar nicht so weit weg. Wartet auf mich. Bitte. Hm. Mal laufen es gleich alle. Wie. Na, wo ist er denn? Hat doch ein Rubin gehört. Na, äh. Da ist der Weg. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh mein Gott. What the heck? Da sind echt viele. Skelette. Haben wir noch nicht gesehen hier. Der muss nochmal zurück. Dann nutzen wir die Gelegenheit auch nochmal. Ah, jetzt sehe ich die Leben. Nicht handeln. Da ist er doch. Werte-Fähigkeiten zurücksetzen. Okay, dafür kriege ich nicht mehr so viel wie vorher. Das ist nicht so toll. Ähm, aber ändern kann ich's auch nicht. Dann verkaufen wir den ganzen Shit mal. Und schauen bei Rüstung. Allein, nein, Schaden von Angriff. Wie teuer ist die? 264. Ach, ich spare mal mein Geld. So. Und. Watt. So. Und jetzt wieder ins Portal. Oder nee, erstmal raten. Reparieren und alles. Und. Obwohl ich das gerade gemacht hab. Hm. Ich will ne zweihändige Waffe. Aber die sind alle so mega teuer. Und Speer kann ich glaube ich gar nicht benutzen. Oder doch. Aber das ist nicht so stark, glaube ich. So. Und weg. Hier ist der Friedhof. Dann machen wir hier nochmal einen Cut. Und wir sehen uns gleich. Euer Dab. Ciao. Ciao. Ciao.